Akku ist doch aufgeladen. Die kleinen Nerven hier so ein bisschen. Ich komm auch gar nicht dazu, überhaupt was zu machen, wegen diesem Typen da. Nun hüpf doch mal endlich. So, jetzt ist gut. Und jetzt hüpfen wir hier ran. Oh, jetzt nimmt er sich wieder die... Du sollst ihn nehmen. Ja, super. Mach mal einen Schlag in die Luft. Der ist hinüber. Endlich. Jetzt. Och, Mann. Warum greift er sich denn einfach mal so einen anderen Gegner? Ich will den gar nicht... Ich mach ihn tot. Ich krieg einen Krampf hier im Finger. Das wollte ich machen. Und was trinken. Und jetzt hack ich dich. Jetzt bist du dran. Du bist hier zu... Sumpfborker-Hack hier. Oh, ich seh was. Ah, Kamera, dreh dich doch mal mit. Kamera. Aha, Gott sei Dank. Schön. Das... Glaub ich auch. Zurückgeschlagen wurden. Sollte es sicher genug sein. Gern geschehen. Lebt wohl. So. Den sollen wir nicht einäschern, ne? Weil ich jetzt hier in der Grube bin... Ach, ein Stufenaufstieg. Das seh ich jetzt erst. Was machen wir denn? Schlösserkunde wäre nicht verkehrt. Sinnesschärfe. Gämmenschleifen. Verstohlenheit. Ja, erstmal die Sinnesschärfe hier. Dann haben wir die. So. Zauberkraft. Macht. Ich habe die Macht. Das ist... Äh, 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 äh. Aus der... Äh, ja. Das sollten wir auf jeden Fall tun, weil ich die ja nun doch öfter einsetze. Raffinesse. Die habe ich letztes Mal vernachlässigt, ne? Das sind die Feinklingen. Dolche. Nicht. Das sind Dolche und Feinklingen. Das hier auch. Das sind Dolche und Feinklingen. Aha. Benutze ich nicht. Das sind die gefährlichen Gifte, die vorsichtig auf all deine Klingenwaffen werden, erst dir ermöglichen und so weiter. Das machen wir auf jeden Fall, weil ich werde ja jetzt oft, bin oft Giftangriffen ausgesetzt. Und das waren die Zepter, Chakrams, Chakrams. Universal, für Duose. Uni... Univisalgelehrter. Das passt doch zu mir. So, jetzt gucken wir gleich mal das Inventar durch, dass ich mal hier so ein bisschen aufräume, wenn hier was zum Aufräumen ist. Hier, Mörder-Chakrams. Können weg. Und Rüstung. Roben nehmen wir nicht. Die sind auch nicht so schön. Accessoires. Oh, die ist aber gut. Was war das hier? Das ist ein Ring. Das Ding ist aber besser. Warte mal, was kann der hier? Der macht Schaden. Habe ich denn einen Ring, der auf 15 Schaden? 15 Schaden. Volltreffer-Chance. Der ist gut. Ja, Adelband. Oh. So, und dann nehmen wir... 20% Lebensregeneration pro Sekunde. Äh, Gegenstände. Ich glaube, das Ding hatte ich schon mal ausgewählt. Ich habe das schon wieder vergessen. Alpha-Ohr-Ring. Können wir auch zum Plundern zutun? Kann ich denn verkaufen? Nein! Oh ja. Sammeln der Kürras. Alles mitgenommen. Äh, was sagten die Quests hier? War das hier auf der Jagd? Like, Namen. Wir machen das erstmal, weil wir jetzt ja hier schon sind. Komme ich da... Ah, hier ist noch was drin. Hast du noch was? Gold. Hast du noch was? Ach ja, und den müssen wir auch einlösen. Aus Holz ein großer Grabstein steht, wo der trauermüder Wind stets geht. Da unten den müssen wir einlösen. Tragen die Blätter denn Früchte nun? Werden die Toten es gleich denn nun tun? Aha. Da brennt er. Ich muss hier irgendwie runter. Oh, ich wollte hier gerade an der Nase jucken. Hüpf! Ich hab Giftresistenz. Da wissen die bloß nichts von. Aua. Blutes Vieh. Das hast du nur davon, siehste? Der ist weg. Na, warte. Nix da. Siegel des Eisschutzes. Na, das können wir lassen. Noch was? Hier irgendwo? Nein. Oh, so viele Schätze. Kann mich nicht entscheiden. Ach, hier. Makellose Beinschienen. Ja, wir haben ja aus Versehen Rucksack-Upgrade gefunden. Und das hab ich mir dann auch gleich gekauft. Trollhaut-Handschuhe. Ah, die lassen wir jetzt mal. Die müssen... Was ist da? Einfacher Heiltrank. Mein Inventar ist voll. Kann den trotzdem nicht nehmen. Das ist zum kurzen. Was haben wir denn da jetzt? Irgendwas, was wir verwenden können? Ich hab doch auf die Taste gedrückt. Meisterhafte Kriegerstärke. Gut. Naja, dann lassen wir den mal da liegen. Ich sollte mich auf die... Oh, das wird schon wieder eine Doppelfolge. Ich seh das schon. Man merkt, das Spiel nimmt mich mit und lässt mich nicht wieder los. Und ich komm hier auch nicht runter. Einfach zu dämlich. Aber ich wollte die Pilze. Ich muss doch hier lang laufen. Da ist schon wieder sowas. Da war ich doch bestimmt schon. Jetzt geh ich da nochmal hin. Oh, da war ich noch nicht. Durch das Gerippe. Da ist noch einer. Dann hab ich die wenigstens weg. Die Nerven. Äh, die lassen wir hier liegen. Nein, du solltest laufen. Ich... Kann man das nicht... So machen, wenn ich den... Dings... Sie kommt nicht weg. Hahaha. Ja. Sie geben so ne schönen... Geräusche von sich, wenn sie versterben. Was ist das? Ich muss das alles liegen lassen. Zwei von vier. Brenne gut, Junge. Hier, da ist noch einer. Hier irgendwo. So. Da. Meiner rechten, wollte ich sagen. Und die müsste hier unten irgendwo sein. Gleich kracht es wieder irgendwo. Hier klappert was. Nein. Hier muss aber einer mächtig stinken. Und jetzt sollen wir zu ihrem Haus. Wo ist das denn? Ach, das ist hier irgendwo. Auf der Jagd. Aktualisiert. Wir nehmen nochmal... Die Pilze. Sag mal, ist das jetzt alles danach erschienen? Das hätte ich doch mitgenommen. Ah, die Knochen nicht. Aber... Mann! Aber ihre Schnur zum Beispiel. Und was hat sie hier? Ne, das Langschwert nicht. Soll ich hier lang gehen? Ist ja nun ein bisschen hügelig und wellig. Ich muss aber weiter nach oben. Jetzt. Das ist doch kein Haus. Das ist eine Höhle. Ja, 31 Minuten. So. Mietgras Bau. Na, dann haben wir ja mein Ziel fast geschafft. Ich wollte heute 10 Folgen aufnehmen. Das schaffe ich jetzt nicht mehr ganz. Ah, da ist noch wieder so eine Tante. Hör sie schon. Aua. Lasst mich doch mal in Ruhe. So, wartet jetzt her. Ach, ich hab das große Schwert noch eingestellt. Wartet mal bitte. Wartet mal. So, Inventar, Waffen, Sekundär. Da sind sie. Komm mal her. Zeig dir einen Ort, wo die Sonne nie hinscheint. Du Kolz, herkommen. Sag mal. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier finden. Goldmünzen. Ah, den Heiltrank kann ich schon mal nehmen. Ich drücke wieder auf die Taste und es passiert nichts. Gold. Ich werde mir das nochmal umdisponieren. Ich bin schon wieder vergiftet. Ach so, das war der Ring. Da krabbelt nix. Ich werde mal diese tauschen. meisterhafte Heiltränke. Großer Heiltrank. Da hab ich 29 von. Wo ist denn mein einfacher Heiltrank? Ich hab doch hier einfache Heiltränke aufgenommen. Ach, den hab ich schon genommen. Ach, ich bin ein Blödmann. Dann lass ich das jetzt so. Da hab ich den. Kann ich denn nehmen, bevor ich in den Kampf mit ihr gehe? Ach so. Und speichern kann ich auch. Da geht's weiter. Die Grube. Hä? Was war das denn jetzt? Was ist? Rede mit Malton. Ist jetzt hier irgendwas verstellt? Auf der Jagd. Ich wollte mit ihm reden. Ich habe gespürt, wie Miatgras Energie nach Esshara entwichen ist, sterblicher. Ich bin froh, dass die Angelegenheit ein Ende gefunden hat. Ach, die hab ich erledigt. Wenigstens ist die Grube jetzt mit einer größeren Gefahr der Verderbtheit ausgesetzt. Boah, das hab ich gar nicht mitgegriffen. Ich bin froh, dass das ohnehin schon der Fall ist. Ich danke euch für euren Beitrag dazu. Wir gehen. Nehmt als Bezahlung dieses Schmuckstück. Ich habe es an der Leiche eines der euren gefunden. Möge es euch auf euren Reisen dienlich sein. Ja, was denn? Blündern. Was ist denn sterblicher? Oh, guck mal. Ey, das ist doch wohl. Ja, was denn? Ernten, Lähmungssporen. Gämme der Überlegenheit. So, okay. Mann, nervig. So, dann haben wir das ja auch erledigt. Was haben wir denn hier bei Rüstung jetzt? Dann habe ich die... Das war die blöde Kuh, die da rumgeschwebt ist. Die mir immer von mir abhaute. Mir... Wich. Wo können wir denn jetzt noch was machen? Mit dem Scharfrichter? Ich habe in der Grube mit einem Winterfeind duelliert, der Scharfrichter genannt wird. Leider ist er geflohen, bevor ich ihn töten konnte. Er hat mich allerdings aufgefordert, in seiner Arena... Ja, da könnten wir ja uns mal hinbegeben. Ist das denn weit weg? Hier so rum irgendwie. Meine Kappen. Huch. Was ist denn das hier? Hier gibt es noch Aufgaben? Das ist doch der Scharfrichter. Mitaru, segne euch. Der Scharfrichter, man. Ah, hier, guckt mal. Den habe ich auch noch nicht ausgelöst. Alpha sind nichts als Fleisch der Natur. Futter für die Raben nur. Wie Tränen Soldaten nur hängen. Auf Ängste Tuata nur drängen. Mitaru, segne euch. Oh, das ist... Oh. Ihr gehört nicht zur Armee, nicht wahr? Was tut ihr hier? Wie dem auch sei. Wir sind verwundet. Und ich suche jemanden, der kräftig genug ist, in die Grube zu steigen. Und wichtige Informationen zu beschaffen. Irgendwo unter all den Leichen dort, liegt die Leiche meines Speers Venres. Er trug die Informationen bei sich, als die Tuata ihn einholten. Ah. Wo finde ich die Leiche? Ich weiß nur, dass sie irgendwo in der Grube liegt. Wie tausende von anderen Leichen. Doch Venres war ein ungewöhnlicher Späher. Das könnte uns helfen, ihn zu finden. Ihr müsst wissen, dass Venres einen Wolf gezähmt hat, als wir in diese Gegend kamen. Der Wolf lebt noch und kann die Leiche seines Herrn gewiss finden. Folgt ihm. Ja, das machen wir. Gut. Ich lasse den Wolf nun frei. Folgt ihm. Und sorgt dafür, dass ihm nichts zustößt, ehe er Venres findet. Ohne ihn können wir Venres-Leiche unter all den anderen nicht finden. Bitte beeilt euch. Komm, Wolf. Wir müssen den Venenriss suchen. Ich bin doch gerade erst losgelaufen. Wo ist der Venenriss? Schneller, Wolf. Schneller. Da war noch was. Ich bin doch schon bei dir. Ja. Ich war hier schon fleißig. Ja. Guckst du, ne? Ich folge dem Wolf. Los, wohin? Und jetzt? So einer auch noch. Oh, der nervt. Oh, der nervt. Die ist weg. Du los! Jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn. Und jetzt ist er dran. Der scheiß Burka. Haben wir da was Schönes drin? Goldmünzen. Was ist das gut? Nein. Komm, wir folgen dem Wolf. Ach, guck mal. Sie hat auch noch was. Starke Sehne. Nee. Wo geht's jetzt lang? Oder war's das schon? Ich bin verwirrt. Oh, ihr könnt aber schön heulen. Wer das wohl eingespielt hat? Dieser blöde Hinweis sorgt dafür, dass ich jetzt nichts sehen kann. Hier ist schon wieder so ein Fieber. Wo ist sie? Ja, das war bei mir auch nicht zu hören. Wo ist er? Ich sollte eigentlich... Ich hatte den gar nicht mehr betätigt, den Trigger. Aber irgendwie... Äh, alles nehmen. Feines Haar, ja. Gut. Wo geht's jetzt lang, Wolf? 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 Ah. Wo ist er denn da? Wolf, wir machen noch mehr Überminuten. Seht zu, dass wir jetzt endlich ankommen. Du alte Lianche. Hatte sie was? Sie hatte doch noch was. Da muss ich gucken. Guck mal, das kann ich doch nicht liegen lassen. Wo bist denn du? Da. Haben wir ihn jetzt? So, komm. Lass uns zurück. Ja, das war nichts Gescheites mehr. Ich muss dem Wolf folgen. Der müsste mich ins Lager bringen. Dann brauche ich nicht so lange knobeln und gucken, wo ich langlaufen muss. Ah, da läuft er schon eher so schnell. Ich bin nicht schnell genug. Den Abrechnungsmodus heben wir auf. Dann haben wir das auch noch nebenbei erledigt und dann ist doch gut. Das gefällt mir. Gibt's Pinke? Komm her. Das war er nicht. Noch nicht. Da ist er. Okay, okay. Gut. Dann haben wir das doch auch. Einmal speichern. Wir haben keine aktive Quest. Dann gucken wir mal. Erntezeit. Die ist dann aber in der nächsten Folge. Das war wieder eine Doppelfolge. Zwei hintereinander. Ein Rekord. Ja, denn. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Session. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020